Dieser neue Ford Tourneo steht hier zum Verkauf. Acht Personen haben in diesem großen blauen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über ein edles Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Kurvenlicht, elektrische Sitze, Alufelgen, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 155 PS und wird über ein 6-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 33.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis